Eine neuwertige Zwei-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Münster. Das im Jahr 2015 erbaute Haus verfügt über fünf Etagen. Die Immobilie befindet sich in der fünften Etage und wird über eine Fernwärme-Zentralheizung beheizt. Das Objekt ist barrierefrei zugänglich. Das Haus hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und einen Tiefgaragenparkplatz. Das Objekt ist luxuriös ausgestattet. Die Dachgeschoss-Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 49 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Dachgeschoss-Wohnung beläuft sich auf 849 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. die Dachgeschoss-Howentmiete. Alle Wahlen umfasst짝.